Gerade in Krisenzeiten heißt es, die mentale Lage sensibel im Blick zu behalten. Hallo, mein Name ist Toni Tschoppe, ich bin Teamleitung der Station P1 und P2 am Kaltimklinikum Cottbus in der Psychiatrie. Ich lade Sie herzlich ein zum dritten Lausitzer Pflegekongress. Auch wir sind mit dabei mit der zweiten Lausitzer Pflegefachtagung für seelische Gesundheit. In einem vollgepackten Vortragsprogramm erwarten Sie aktuelle Informationen aus dem Bereich der Suchtmedizin. Ich freue mich besonders über die spannende Frage, brauchen wir den weißen Kittel in der Psychiatrie? Und neben viel medizinischer Expertise bin ich besonders stolz darauf, dass wir natürlich auch Pflegekräfte vor Ort haben, die mit ihren Vorträgen das Vortragsprogramm abrunden.